Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Immer wieder werden wir über die Medien darüber informiert, dass es zu Stromausfällen kommen könnte oder Internetausfällen. Und wie wir dann dennoch an gutes Wasser und auch Nahrung kommen können, ist natürlich die Frage. Vor allen Dingen möchten wir natürlich auch nicht den ganzen Keller voll haben mit ungesunden Lebensmitteln, die dann ablaufen und wieder entsorgt werden müssen. Und ein bisschen konzentrierte Nährstoffdichte wäre ja optimal und das noch mithilfe der Natur. Und noch eine Lebendigkeit reinzubekommen in die Notnahrung, die wir dann normalerweise nicht haben in verpackten Nahrungsmitteln und Lebensmitteln. Das erfahren wir heute mit unserem Experten Marco von Moos. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Marco. Schön, dass du da bist. Ja, Thema Notsituationen, die dafür sorgen, dass wir vielleicht jetzt nicht mehr an den nächsten Supermarkt kommen können. Wird ja immer wieder so thematisiert in den Medien, oder? Kriegst du da auch so Anfragen, Rückfragen? Ist es bei dir auch präsent? Ich glaube, wir besuchen dieselben Social-Media-Kanäle. Ja, also es ist natürlich schwierig, sich als Schweizer das vorzustellen, wo seit fast mehr als 100 Jahren oder so gar keine Störungen eigentlich mehr hatten. Auch keine wirklichen Krisen mehr zu händigen hatten. Und ja, dann ist es natürlich schwierig, sich vorzustellen oder sich Notvorrat zum Beispiel anzueignen, wenn man gar nicht weiss, für was man das eigentlich braucht. Aber ich bekomme diese Nachrichten auch, also mich erreichen die zum Beispiel auch von einem Stromausfall und was da passieren könnte. Und was für mich spannend war, das sind ja Experten, wo das für die Schweiz oder auch für Österreich oder ganz Europa durchspielen. Was würde da passieren, wenn plötzlich kein Strom mehr da wäre? Und die sagen ganz klar, das ist möglich, also das wird kommen, irgendwann wird das kommen. Die Frage ist nur, wann. Spannend war zu hören, also für die Schweiz, dass nach dem vierten Tag drei Millionen Schweizer sich nicht mehr selber ernähren können, weil sie nichts mehr zu essen zu Hause haben. Und das ist, denke ich, halt so in einer Gesellschaft, wo just in time alles verläuft, dann braucht man ja auch nicht solche grossen Reserven, was ja in Friedenszeiten oder in Nicht-Krisenzeiten gar nicht nötig wäre. Also es macht ja auch energiemässig Sinn, dass man da nicht, weiss ich was, hortet. Aber es könnte kommen und dann spielt es eine Rolle und wenn man das dann weiterspielt, dann sagen die Experten, wenn dann drei Millionen Leute nach dem vierten Tag keine Nahrung mehr haben, dann sind wir innerhalb einer Woche schon fast wieder im Mittelalter, weil alles drunter und drüber geht. Also der Strom ist weg, da funktioniert keine Einkaufskasse mehr beim GOP, da wird jede Kühltruhe aufgetaut, da läuft auch die Heizung nicht mehr, also eine Wärmepumpe liefert dann keine Energie mehr, auch keine Holzheizung, wo eine Pumpe braucht für die Speicher und so weiter. Also es ist kalt. Ein Szenario, wo sie dann spielen, ist, dass die ersten Leute dann Feuer machen in der Wohnung drin, der Parkett fängt zum Beispiel an zu brennen und dann ruft man auch nicht die Feuerwehr an, weil das Mobilfunktelefon dann auch nicht mehr funktioniert. Und die Leute noch Hunger haben, dann nehmen sie animalische Züge an und dann braucht es Lösungen. Oft ist es besser, wenn man ein bisschen vorbereitet ist und das kann man ja gut machen und ich sage mal, die Natur bietet ja uns da viele Möglichkeiten, also sie hat für uns vorgesorgt und das macht sie am einfachsten in Form von Samen, weil man die über Jahre aufbewahren kann. Ja, das finde ich ja auch das Interessante, die Samen sind ja im Grunde getrocknet und total klein und konzentriert, weil wenn ich jetzt so ein kleines Samenpäckchen habe, das gibt mir ja im Grunde eine Nahrung für eine ganze Woche oder mehr sogar, also es ist schon extrem ergiebig. Also spannend ist, wenn man das Glas Samen reinmacht in ein Glas und diese dann mit Wasser in einweicht über Nacht, dann ist das Glas plötzlich voll. Also es ist ein riesen Feuerwerk, wo die Natur da ablässt, wenn man einen Samen, für das ist er gemacht, zum Keimen bringt, ein bisschen Wärme braucht es, ein bisschen Wasser, etwas Liebe und dann kann man sich da hochwertig Lebensmittel selber ziehen. Ich habe mir auch die Frage gestellt, weißt du, wenn ich die Samen ziehe, die Sprossen ziehe, dass ich dann ja auch immer wieder jeden Tag das Glas spüle. Du hast ja dann das Sieb da unten, dass die immer wieder frisch sind. Wenn ich jetzt aber in einer Notsituation Wasser sparen möchte, hast du das mal ausprobiert, was die wenigste Wasserverschwendung der Art? Es braucht relativ wenige Wasser und vor allem am Anfang, also das sind jetzt relativ grosse Samen, aber zum Beispiel gibt es kleine Samen, da braucht es so viel Wasser. Ja. Und dann explodiert das Glas innerhalb von fünf Tagen, hat man so eine Menge Sprossen gezogen. Aber lasse ich das dann in dem Wasser, also ich rede jetzt nur von einer Notsituation, weil normal tue ich es ja jedem, also erstmal lasse ich es ja im Wasser stehen. Genau den Samen. Ein Tag, klar. Über Nacht zum Beispiel. Über Nacht. Und jetzt habe ich aber eine Notsituation und kann jetzt nicht jeden Tag das spülen. Ja. Viele Samen, also ich denke in der Schweiz sind wir so gut gesegnet mit Wasser. Also wenn wir das Wasser aus dem Grundwasser hochpumpen müssen, das funktioniert natürlich nicht. Aber unsere ganzen Brunnen, Brunnen, die bringen immer noch Wasser. Also das ist rein nur mit der Schwerkraft. Und Wasser ist essentiell, also wir kommen irgendwo an Wasser heran. Also in der Schweiz sicher kein Thema. Wenn ich durch Deutschland fahre, dann komme ich sehr selten mal an einen wirklich, wirklich Brunnen, der richtig schön Wasser hat. Naja, gehen wir mal vom Super-GAU aus, dass jeder in seinem Haus bleiben muss. Ja. Dann habe ich entweder Wasser zu Hause gelagert oder eben nicht. Genau. Die Experten, die Not-Szenario-Experten, die sagen, sobald der Blackout kommen würde, ist die Badewanne mit Wasser zu füllen. Also dann kann man aus dem Wasser zum Beispiel die Sprossen machen oder man könnte auch eine Kloschüssel noch bedienen, dass das wenigstens funktioniert. Was ich auch ganz spannend fand, da kann ich mich noch daran erinnern, dass die Pflanzen in der Lage sind, aus dem Wasser nur das saubere Wasser rauszuziehen. Also selbst wenn das Wasser verschmutzt wäre, ist quasi die Sprosse die eigene Osmose-Filteranlage. Stimmt das? Oder habe ich es richtig abgespeichert? Ich weiss einfach, bei den Salzen hat die Pflanze das zum Beispiel nicht die Möglichkeit. Also wenn wir Dünger ausbringen, dann wird die Pflanze immer wieder gezwungen, diese Salze reinzunehmen. Ja, aber ja, wäre spannend. Aber wichtig ist, dass wir möglichst, ja, dass wir zu unseren Böden und so weiter Sorge tragen. Also dass wir nicht verschmutzte Böden haben. Aber es gibt da verschiedene Möglichkeiten mit dem Wasser und es braucht nicht viel Wasser, aber dass wir das abschliessen können. Also Wasser etwas zu lagern, Badewanne zu füllen. Die Brunnen, die werden weiterhin Wasser bringen. Und genau, dann ist es wichtiger. Also ich denke, der Knackpunkt ist dann wirklich, wie komme ich an die Energie ran. Ich denke, in der Krisenzeit ist es dann nicht wichtig, ob ich dann noch Aminosäure habe und da irgendwie, also Aminosäure vielleicht schon, aber da noch Antioxidantien und noch ein bisschen Ordnungskraft und Lebenskraft. Ach, ich glaube das gar nicht so zu unterschätzen, weil wenn ich im Stress bin, das ist ja eine lebensbedrohliche Situation. Das bedeutet, meine Psyche ist ja schon am Limit. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es für die Resilienz, für die Angebundenheit, fürs Urvertrauen wichtig ist, ob ich mir jetzt ein Nutella-Glas reindonner oder ob ich was esse mit Ordnung, wo in irgendeiner Form mir auch... Da gebe ich dir recht. Gern? Könnte doch auch noch eine Rolle spielen. Und ich denke, das geht in dieselbe Richtung. Also wenn ich mir Lebensmittel zuführe, wo basische wirken und Stress macht ja unseren Körper sauer, also dann hilft es auch Stress abzubauen oder Säure abzubauen. Und von daher unterstütze ich da meine Gedanken, dass es nicht zu unterschätzen ist. Jetzt haben wir ja noch den Luxus, dass wir darüber reden können und uns vorbereiten können. Und das Interessante, was ich jetzt auch bei den Sprossen so finde, dass es halt keinen Platz wegnimmt. Genau. Und wie lange halten so Samen? Können die überhaupt kaputt gehen? Also Samen kann man sehr lange aufbewahren. Also die finden ja immer noch Samen, zum Beispiel in Pyramiden, wo seit 2000 Jahren oder wie lange in den Pyramiden sind und immer noch keimfähig sind. Also sehr lange. Es gibt Samen wie Lauch, die kann man nicht über Jahre jetzt aufbewahren. Aber die meisten Samen wie Linsen, Kichererbsen, die sind gut über Jahre keimfähig. Und der Vorteil ist, wie du sagst, die sind platzsparend und ich habe die Möglichkeit, sie mir dann zu aktivieren, wenn ich sie wirklich brauche. Also es lohnt sich. Wir haben auch ein Notvorratpaket, wenn man sich vielleicht immer eines überschüssig hat. Und dann läuft das eigentlich immer weiter. Und was habt ihr in dem Notvorrat drin? Auf was habt ihr da geachtet bei der Zusammenstellung? Dort ist zum Beispiel ein Paket Buchweizen dabei. Buchweizen bietet sehr hochwertige Kohlenhydrate, wo den Blutzuckerspiegel nicht hochgejagt und dann wieder tief runterfährt, sondern gleichmässig. Also empfiehlt sich auch für Sportler, weil da kommt gleichmässige Energie. Im Notvorratpaket sind zum Beispiel auch viele Hülsenfrüchte, weil dort kann der Körper dann entscheiden, baue ich mit den Proteinen für meinen Körper neue Zellen, neue Leber oder mache ich daraus Energie. Also ich habe mit den Leguminosen, Linsen, Kichererbsen, Mungobohnen, Alpha-Alpha die Möglichkeit, in zwei Richtungen zu gehen. Also es sind solche, die Proteine liefern und es sind solche, die zusätzlich noch Kohlenhydrate liefern. Also in Krisenzeiten war es schon so, dass es um die Frage geht, wie decke ich meinen Energiehaushalt. Ja, klar. Und das ist super einfach und ich muss dann diese auch nicht kochen, also kochen wäre dann auch eine Schwierigkeit. Ich keime die mir an, also Linsen, Buchweizen, Boxhornklee, das kann ich mir gut auch roh, in roher Form, in lebendiger Form, in hochwertiger Form zu mir nehmen, ohne dass ich es zum Beispiel kochen muss. Und das wäre gerade in einer Zeit, wo dann kein Strom, keine Herdplatte, kein Backofen funktioniert, ein grosser Vorteil. Und das Schöne ist, wir verlieren nicht an Qualität. Also heute weiss man, wenn zum Beispiel, die Leute haben ja in der Krise, also in der Corona, wo das angefangen hat, Mehl gehamstert. Und heute weiss man, dass Weissmehl oder auch Vollkornmehl innerhalb kürzester Zeit oxidiert und dann hat man nur noch Weissmehlqualität. Also es ist komplett eine andere Geschichte, ob man einen naturbelassenen Samen, das kann ja auch ein Weizen sein, so aufbewahrt. Und dann, wenn man ihn braucht, weiter veriedelt, ankeimt, als wenn man… Es ist witzig, ich hatte die ganze Zeit die Frage und dachte, eigentlich passt das thematisch nicht rein, aber es interessiert mich doch. Wenn ich jetzt den Buchweizen kaufe und ich möchte damit Brot backen, dann habe ich bisher immer den Buchweizen gekauft mit den Samen und habe den zu Mehl geschreddert. Aber ich bin die ganze Zeit am überlegen, hätte ich den vielleicht eine Nacht einlegen lassen sollen, dass der keimt. Keimt der überhaupt, wenn ich den beim Hofladen kaufe, so einen Buchweizen? Und kann ich dann überhaupt noch daraus Brot backen? Also wenn der Bauer oder die Firma Wert darauf legt, dass der Buchweizen zum Beispiel noch keimfähig ist, dass er nicht beim Schälprozess verletzt wurde, dann sollte der eigentlich keimen. Aber es muss explizit draufstehen. Ist es so etwas Besonderes? Sprossensamen, da war vor Jahren mal ein Problem mit Bakterien, weil da ein Landwirt Sprossen gemacht hat und mit Frischsprossen dann wieder Tiere gefüttert hat. Also da war eine Kontamination. Und seit diesem Tag müssen wir alle Samen darauf testen, dass die gewisse Bakterien nicht aufweisen. Also da sind keine E. coli-Bakterien, keine Salmonellen und Stabilokokken oder so dabei. Also wir müssen die zertifizieren, dass das hochwertige Saatgut ist und eine sehr hohe Keimqualität hat. Wo man zum Beispiel in einem Hofladen oder in einem Biomarkt nicht so hat, diese Garantie. Dann müsste ich das Experiment machen, dass ich einen Teil davon in eine Schale lege, ob es keimt. Genau. Oder in die Erde, dann ist das sicher. Zurück zu deiner Frage wegen dem Brot. Und es ist natürlich besser, wenn du jetzt zum Beispiel den Buchweizen ankeimst und diesen nachher in einem Brot weiterverarbeitest. Also einknetest. Wie machst du überhaupt Brot? Isst du Brot? Ich mache zum Teil Cracker für mich, also mit Leinsamen und Buchweizen und auch Boxhornklee und was gehört danach? Ein bisschen Salz dazu und dann mache ich das mir so in einem Dörrofen. Ja, genau. Okay. Aber diese funktioniert natürlich dann auch nicht. Ja, das ist schon klar. Deswegen war es jetzt so ein kleiner Schwenker. Aber es hat mich jetzt auch interessiert mit dem Brotbacken. Ob man das gibt, da wahrscheinlich Rezepte, oder? Der Vorteil ist, und für das ist der Samen gemacht, dass wir ihn zum Keimen bringen. Und durch das Keimen werden gewisse Inhaltsstoffe umgebaut, abgebaut. Zum Beispiel hat eine Handvoll Alpha Alpha gleich viel Vitamin C wie sieben Tassen Orangensaat. Saft oder so ein Glas hat 25% Protein in Form von Aminosäuren. Also es ist eine Veredelung, wenn wir den Samen zum Keimen bringen. Und wir verschenken ein Riesenpotenzial, wenn wir einen Samen nicht keimen, sondern nur zum Beispiel vermahlen. Und das ist das Hochwertige, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Buchweizen ankeimst und dann in den Teig integrierst. Aber ein wunderbares Brotrezept zum Beispiel auf der Webseite. Ja? Zum Buchweizen? Ja, genau. Hat das auch drin. Und Hülsenfrüchte sind da noch drin. Ah, dann probiere ich das mal aus. Ja, gerne. Okay. Und du nimmst dann auch die vier, fünf Tage gekeimten Sprossen dafür? Zum Beispiel. Ja, genau. Super. Also jetzt sind wir nochmal bei der Notnahrung. Thematik. Was gibt es noch zu beachten? Haben wir in der Notbox alles durchgesprochen, was wir drin hatten? Und da ist auch noch Weizen. Also den Weizen, da kann man dann immer noch ein Mehl machen oder man könnte den Weizen auch ankeimen. Und dann ein Müsli machen. Kann man in der Not auch mit Wasser anreichen. Und dann merkt man plötzlich, wenn man ein Korn ankeimt, dass die Stärke umgewandelt wird in Einfachzucker. Und dann schmeckt plötzlich so ein Weizenkorn super süss. Also es lohnt sich das auch mal selber zu machen und dann kann man das gut so essen. Und der Vorteil ist, der Weizen ist da immer auch im Verruf mit dem Gluten. Da wird auch durch die Keimung Gluten abgebaut, umgebaut. Also viele Vorteile, wenn wir Samen zum Keimen bringen. Und ich empfehle Ihnen auch Nüsse, Mandeln, Haselnüsse, Baumnüsse. Das sind alles Samen. Weizen Sie die über Nacht ein im Wasser und am Morgen kommen die zum Beispiel in ein Müsli rein. Oder kann man auch so essen. Die sind super knackig. Also sie werden nicht irgendwie weich, sondern so wie sie sein müssen. Einfach aktivieren, damit die Stoffe um- und aufgebaut werden. Muss ich es zwingend in Wasser einweichen oder reicht es, wenn ich die Walnüsse in den Joghurt über Nacht ein... Oder in Mandelmilch oder... Ja, ich mache es in Wasser, dann habe ich die Möglichkeit, das Wasser nachher abzuwiesen. Also Samen haben zum Teil Frassschutz drin, wo verhindert, dass zum Beispiel Pilze den Samen im Boden gleich zersetzen und so. Also die Keimung, die macht Sinn, dass die Stoffe, die Frassstoffe umgebaut werden, damit das nachher nicht in unserer Ernährung ist. Also die können ein bisschen unseren Darm stören, aber das haben wir natürlich, wenn wir Vollkorngetreide und so weiter haben. Also ist es viel eleganter, wenn ihr die ankeimt und ins Leben aktiviert. Dann habt ihr noch Enzyme dabei und sekundäre Pflanzenstoffe, ein x-faches an Proteinen in Form von Aminosäuren. Genau. Und die Enzyme, die helfen uns auch für die ganzen Stoffwechselvorgänge. Also die Enzyme, die können unsere Nahrung verdauen, aber sie können auch unserem Körper helfen, zum Beispiel eine neue Leber aufzubauen, weil das einfach die Intelligenz ist. Und das holen wir uns mit den Sprossen sehr viel, weil das lebendig ist, weil das Lebensmittel sind und nicht nur Nahrungsmittel. Super. Ja, das war wieder extrem spannend. Vielen, vielen Dank. Wenn man jetzt doch nochmal sich wirklich einzeln mit den ganzen Sprossen auseinandersetzen möchte, auch mit der Wirkungsweise oder Rezepte oder so, wo gibt es die denn? Ihr findet alles auf www.sprossensamen.ch, da ist jede Pflanze einzeln beschrieben und da bekommt ihr auch diese Gläser. Wir haben zwei Grössen und es lohnt sich, wenn die Sprossen Platz haben, weil wir brauchen für die, ja, auch in Friedenszeiten und in unseren Zeiten braucht es eine schöne Menge Sprosse, weil dann kommt auch etwas im Körper an. Ich mache für mich gerade in dieser Jahreszeit reine Sprossensalate mit hochwertigem Olivenöl und dann macht man sich viel Gutes. Super. Vielen, vielen Dank, lieber Marco, dass du heute da warst und, ja, wieder die Menschen und mich motiviert hast, auf die Sprossen wieder mehr zu achten. Danke. Danke dir. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen, auch wenn man mal für den Notfall, ja, was einlagern möchte und dabei noch gesund bleiben möchte. Da bieten sich natürlich die Sprossen an. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.